Es geht los, Chat. Es geht los. Schönen guten Abend. Und du, ich weiß ja, ob dich alle erschrocken, Chat. Wie geht's euch? Na, wie sehe ich aus? Wundervoll, oder? Hallo? Chat! Ich begrüße euch. Schön, schön, schönen guten Abend, Chef. Ihr dürftet, können wir kurz, können wir kurz füchieren, wie mein Hintergrund aussieht. Heute. Zwölf Stunden. Ab jetzt. Ab, ich sage ab 15 Uhr. Zwölf Stunden. Ab 15 Uhr. Danke. Danke, Marzipan. Mir geht's auch wundervoll, Chat. Ihr wisst gar nicht, wie aufgeregt ich bin. Ihr wisst gar nicht, wie aufgeregt ich bin. Es ist wirklich, es ist heute, ist ein ganz besonderer Tag für mich. Ähm, was heute Tagesplanung abgeht. Ihr werdet sehen, was wir heute alles geplant haben. Vielleicht könnt ihr das ja schon da raten, Chat. Was macht man zum Halloween am meisten? Was ist so das, was ihr mit Halloween verbindet, Chat? Was macht ihr am Halloween? Beziehungsweise, was machen die meisten Leute am Halloween? Horror? Horror ist richtig. Am Halloween. Das ist das, das weiß doch jedes Kind, Chat. Das weiß doch jedes Kind. Was machen wir zu Hause am Halloween? Komm, Chat. Richtig. Kürbisschnitzen, Chat. Und das wird das erste sein, was wir heute machen. Guck mal, ich habe sogar meine Werkzeuge für den Kürbis hier hinten hängen, Chat. Ihr wisst Bescheid. Chat, von 1 bis 1 bis 1 Milliarde. Wie gruselig sehe ich aus? Dann mal von 1 bis 10. Es geht einfach zu schreiben. Ich müsste nicht so viele Nullen schreiben. Versteht. 2 Milliarde. Wusste ich es doch. Apropos, Chat. Ich wäre nicht flachs, wenn ich nicht euch was mitgebracht hätte. Ich wäre nicht flachs, wenn ich euch nichts mitgebracht hätte, Chat. Ausrufezeichen Giveaway. Alle, die über 13 sind, dürfen bei dem Giveaway mitmachen. Ihr könnt ein Amazon Echo Dot gewinnen. Ich bin halb Chat. Ach, ich habe meine Lenschen auch gar nicht angemacht. Meine Gruselampe. Wie toll die leuchtet. Unglaublich, oder? Warte, Chat. Ich fliege davon in meinem Geister gewandt. Ja. Ich muss meine Lenschen heute rot machen, auf jeden Fall. Das ist richtig, Chat. Mucke noch minimal zu laut. Du kannst dich schon zu mir gesellen, oder willst du... Okay. Okay. Die Frau Flachs, die möchte sich noch nicht zu uns gesellen. Die muss ich noch hübschmacken. So. Hallo, alle schreiben sich Hello. Chat, wir schalten um, Chat. Guck mal. Wink mal. Ich habe doch schon gewohnt. Ja, das habe ich auch nicht gesehen. Die sind nicht jetzt erst. Das Soundtrack, perfekt. Soundcheck. Soundcheck. Ja, wenn wir nicht lesen, dann sollten wir uns lassen. Ist das hier? Das Bands, ja. Mit dem ich gestern ging. Genau, richtig. So, wir müssen mal... Holst du die Körbisse hoch? Ich bin gerade ziemlich eingestrannt. Wir liegen schon eine Weile. Ich muss dir jetzt keine Gesichter im Internet angucken. Noch. Nein. Jetzt wäre das so wichtig. Meiner wird eh besser aussehen am Ende. Ja, das ist deine Schale. Wir müssen die nämlich erst auslöffeln. Warum teilen wir uns nicht eine Schale? Das ist eine gute... Ich weiß halt nicht, wie viel da rin kommt am Ende. Schatz, so viel ist das nicht. Der ist schon voll. Nein. Wir teilen uns eine. Wir wollen kurz nebenbei erwähnen. Wir haben noch nie einen Kürbis geschnitzt. Weder ich noch sie. Das kann ja was werden. Schatz, ich sage ja so, wie es ist. Überlegt euch gut, welcher Kürbis am Ende der bessere ist. Ist das bloß? Es gibt so einen Trend. Da setzen dir sich die Kürbisse dann auf den Kopf. Ich setze den Kürbis nicht auf den Kopf. Das kannst du dir abschminken. Kannst du bitte beide Hände und die Glasschüssel wegnehmen? Ich halle, ja. Ja, ich bin dabei. Wir kriegen das schon hin. Wir kriegen das schon hin. Ich halle. Ja, ich muss ein bisschen leiser reden, Chef. Ich darf nicht so laut reden. Das ist das Problem. Und das Flax können wir nämlich nicht? Nee, okay. Baue es mit dir auf. Baue es mit dir auf. Ja, die Sparte Zone. Mama Flax. Wir passen auch auf. Ja, ja, ich schneide mich schon nicht in den Boden. Welchen von denen soll ich machen? Chad, welchen soll ich machen von den Kürbissen? Also das ist ja Nummer eins hier. Nummer zwei oder Nummer drei. Aber Nummer drei nicht. Den ersten? Den ersten. Ich finde den ersten auch süß. Also machst du den ersten? Äh, ja. Ich weiß gar nicht, welchen ich mache. Scheiße, das müsste ich mir auch mal raus suchen. Magst du den mittleren machen? Ich finde den hässlich. Du bist es. Ich mache immer, ich löffle den erst mal aus. Ich mache mir danach drüber Gedanken. Das ist Scharf, Chad. Ich weiß, ich muss mit links schneiden. So sieht man nichts. Das Messer macht mir Angst. Ja, nicht nur die. Oh Gott. Was? Jetzt lass mich doch machen. Ich kriege das hin. Raus mit dir. Ich kriege das hin. Ja. Mama Flax macht sich Sorgen. Ach, Quatsch. Das wird schön. Oh mein Gott, Chad. Ich habe es hingekriegt. Ich schmeiß es da rein. Die brauchen wir doch nachher noch. Ja. Der muss doch wieder drauf gesteckt. Ja, dann schneid den Deckel. Mama, du bist so eklig. Das ist mein Handy. Ja, sorry. Aber das ist schwer. Zeig du mal, man sieht das nicht. Hier, Chad, die Augen. Wie der Körbis aussieht. So, lieber Livestream, Chad. Gib mir mal noch einen Stift. So, jetzt ist die Frage, was machen wir, Chad? Ich glaube, wir machen auf die... Auf die Seite machen wir unser Gesicht. Ja, auf die hier. Wir müssen gucken, Chad. Wir müssen gucken. Wir müssen gucken. Wir müssen gucken, wie der Körbis ist. Wir müssen gucken, wie der Körbis ist. Äh, Chad, guckt euch das doch mal an. Niemand mag deinen komischen Körbis. Also, Chad, guckt euch den fucking Körbis an. Oh Gott, das ist eine ganz gefährliche Geschichte. Nur für euch. Schatz, zeig mal bitte meinen Körbis. Ja, der sieht ja viel hässlicher aus als meiner. Imagine, Chad, man hat einfach meinen und dann sieht man den Körbis. Du bist hässlich. Okay. Da ist meiner ja zehnmal besser dagegen. Sorry, gar nicht. Doch. Muss ich leider sagen, nee. Der ist doch cute. Ja, genau, das möchte ich ja. Der sieht mega geil aus. Was? Alter, Chad. Wirklich, ich werde mal gemobbt am laufenden Band. Ich zeige so, wie es ist. Was ist für Leipzig, was? Du bist bereit fürs Teelicht. Ach so, nee, ich muss noch ein bisschen ausleveln. Ich glaube, ich habe noch nicht ganz richtig ausgelevelt. Okay, das ist true. Echt? Kann man den nicht mitnehmen? Keine Ahnung, ich war noch nie mit meinen Hunden da. Ich hoffe, ich gehe mit Luna ein so. Ja, mein. Die Armtiere. Ich kämpfe da mal kurz mit dem Löwen. Würde sie halt wirklich safe so. Der hat keine Nase. Ja, es braucht halt keine Nase. Holy shit. Was braucht man, mein scheiß Körbis eine Nase? Der lebt doch eh nicht. Du fährst du eine Nase. Ich dachte, das linke Ding ist eine Nase. Chat, ihr werdet sehen, was es ist, wenn der erst mal leuchtet. In seiner glorreichen Pracht. Chat? Braucht jemand von euch noch eine Klo? Wir haben noch ein bisschen Klopapier für euch. Wir haben gleich mit für euch eingekauft. Ach, schnell. Es tut mir leid. Warten jetzt noch, bis Mrs. Flaxi und Kürbis aufgeschnitten hat und dann rollen wir... Ist der Körbis runtergefallen? Nein. Das wird ja hättest du gewesen. Und dann rollen wir um und dann machen wir wieder normal. Da habe ich mich früher immer eingekackt, als ich das geguckt habe bei YouTube. Ich will einfach... Das wird ja auch gespielt, dann danach hier jetzt. Ich mache jetzt die... Soll ich die Zähne abmachen oder... Nein, dass die dran sind. Guck mal, es sieht doch ganz okay aus. Ganz okay? Oder sieht man dann deine Drogen? Ja. Unter anderem. Ja, man sieht dann meine Drogen. Ich habe sich die Kommode nur gebaut, damit ich weiß, wo ich das ganze Gras unterbringe. Willst du denn ein Ding nehmen und das da hinstellen? Ja. Okay, dann nicht, Alter. Toxic. Willst du, du? Du bist Toxic. Ja. Ich bin ja auch ein Mädchen. Können wir jetzt mal bitte Musik anmachen? Mach mal her. Sag mal, was ist denn hier? Hallo? Ich habe extra das Tuch dahin gelegt und du tust alles daneben das Tuch machen. Chat. Chat. Schatz. Nee, mein Kürbis hat gekackt. Nein. Du tust... Weißt du, Chat, ich lege hier extra ein Tuch aus, damit hier nichts Dreck schwirrt. Was macht die? Die steht im Stall und du stehst daneben. So. Es wird Zeit, dass ich wieder alleine bin. Raus. Oder? Bis zum nächsten Mal.